Oh, hallo Opa. Grams, ist das wirklich du? Autumn, bitte, hol den Korn. Hör auf! Ich kann es nicht glauben. Das ist es! Ich kann es nicht glauben. Ich habe die jade coin. Ich dachte, das würde alles lösen. Aber jetzt bin ich nicht sicher. Ein paar Monate später. Hey, gut für dich, Chester. Du hast ihn. Was das in China? Ja, ein paar Monate vor. Als ich in ein Business-Trip war. Ist das wo du diese coin hast? Ja, es ist sicher. Wie viel hast du es? Die jade coin? Oh, das ist nicht für Verhandlung. Nicht für irgendeinen Preis. Ende. Gelände. Einige Zeit später. Autumn, ich habe hier eine Art von dir von deinem Großvater. Danke. Danke. Dearest Autumn, wenn du diese Buchstaben hast, dann hast du die jade coin von der Syndicate geschafft geschafft. Gehen in Boston. In den Bostonischen Museum. Was du da findest, sollte dich sicher sein von der Syndicate. Remember, ich liebe dich immer. Gramps. Gramps. Well, let's see what Gramps wants me to find now. Puh, ich habe schon gedacht. Das Spiel ist schon wieder fertig. Und es wäre genauso wie geheime Fälle, die gestohlenen Venus. Dass ich 10 Minuten aufnehme, neu anfange und es dann einfach durchspielen. Naja. Zum Glück habe ich hier noch ein bisschen was zum Spielen. Sieht so aus, ne? Aber warum stand er da schon? Ende. Hier geht's. Dein Großvater war einer unserer Top-Patronen. Und er legte explizite Orte in seinem Willen, um dir die Möglichkeit zu zeigen, um dieses Exhibit in private zu sehen. Wirklich? Wow. Okay. Danke, Frau Bly. Ich werde nicht lange sein. Keine Sorgen. Schau einfach nach dir selbst. Und bemerkbar. Okay. Was wollte Gramps hier hier finden? Steht was im Tagebuch? Finde und benutze Hammer und Brecheisen bei der Holzkiste. Finde und benutze die Schrankschlüssel bei dem Schrank. Den Schrankschlüssel bei dem Schrank. Hammer und Brecheisen. Schrankschlüssel. Da muss ich Teile sammeln. Ich kann nicht resisten, um zu sehen, was drin ist. Okay. Das ist Brecheisen. Nicht mehr lange. Hier. Vier Söhne des Horus. So. Brechen wir das mal auf. Da geht's. Jetzt sehen wir, was drin war. Ba-dang. Und? Briefseite. Briefseite. Okay. Es ist immer eine Briefseite. Göttin der Gerechtigkeit. Let's see if there is anything else around here. Now, what do we have here? An altar? Of some sorts. But it looks like there's something missing from the top. They use these jars to store internal organs. Oh. I hope they're empty. Hier rein. Okay, es geht sogar. Sehr schön. Huh. What's this? Some kind of hidden niche? Ein antiker Dolch. So, da sind wir das da. The key of life. A symbol of eternal life. Immortality. Curious. Something looks a little off. Was ist denn das da? Geheimversteck. Ne, brauche ich denn nicht? Okay. It's a note. From Gramps? Dear Autumn. If you are reading this, then you have found the Jade coin. It seems to be missing a few pages. Liebe, liebste Autumn. Wenn du dies liest, hast du die Jade-Münze gefunden. Punkt, 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 Punkt. So, was brauchen wir noch vom Dolch? Die Klinge. Hm. Aber wo? Wo, wo, wo? Wo... So, wat? Yikes! This thing is pretty sharp! Oh... You know, secret compartments just aren't as shocking as they used to be. Hm. Eisenstatue kriegt es damit auf wenigstens auch nicht und da war der Göttin Statue das geht ich glaube nicht dass das alles war kann ich wieder das andere Geräusch komme ich Jade Amulett alles mit Jade gibt es noch irgendetwas was ich tun kann probieren wir mit das mal aus das ist ok da ist auch schon das zweite es war auch Augenstraße und alles naja so schwer wird es nicht sein oder ich gehe einfach mal drauf los ne das kann nicht stimmen das aber war easy oder so kurz ein Fraps Spinner mal wieder ok ich habe Scarabeus gesagt so Scarabeus ähm dort ist ein Teil dort ist ein Teil ich glaube da muss das Scarabeus rein aber das ist noch das Teilchen so hier rein Papyrus Papyrus Briefseite und Kartusche ich hoffe wir müssen nichts übersetzen ja Papyrus Papyrus und was ist hier eine Kartusche stimmt ja Papyrus 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 Okay, ich denke, das geht mit dem, ich denke. Genau, das ist es. Wenn ich das richtig lebe, das ist das Buch des Todes. Entschuldigung, Frau Blythe? Was? Nein, ich bin Angst, dass sie schon wieder verlassen hat. Genau, danke. Sorry, dass ich mich überraschend bin. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich denke, es ist Zeit für mich, und dieses Buch, zu kommen. Dort habe ich auch noch die Tagebuchseite gesehen. Ah, nee, ist auch noch ein Teilchen, okay. Wer war gerade der Mann da? Dort. Dort. Fortsetzung, Volk. Danke, dass du Autumn's Threshers, die Jademünze gespielt hast. Freu dich auf die nächsten Spiele aus der Abenteuerreihe von Popros. Popros. Produktion und Design und dann kommen hier alle Leute, die das hier gemacht haben. Sprecher, Programmierung, Grafik, die lese ich nicht alle vor. Die lasse ich jetzt bloß durchlaufen. Aber ich muss sagen, dieses kleine Wimmelwildspiel hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, es sind nur ganz wenig Leute, die das gemacht haben. Ich glaube, jetzt ist es schon fertig. Ja. Ich weiß es nicht. Ich spreche mal ein bisschen lauter, weil die Musik ist ziemlich laut. Genau. Okay. Ähm. Ich habe schon ein neues Let's Play, äh, Wimmelwild-Let's Play schon überlegt, so. Aber ich habe jetzt schon ziemlich viel Folgen von Autumn's Threshers aufgenommen. Darum wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern. Aber für euch dauert es natürlich nicht lang, weil dann kommt gleich am zweiten Tag das neue Let's Play. Für mich sind es vielleicht drei Wochen oder so. Also, es kommt auf jeden Fall ein neues Spiel. Auf jeden Fall von Big Fish kommt jetzt ein Spiel, weil da habe ich jetzt endlich die Genehmigung von Big Fish. Ich weiß bloß noch nicht, was für ein Spiel ich von Big Fish mache. Ich habe nämlich mal so ein Vierer-Pack gekauft von Wimmelwildspielen. Und ich muss mal kacken. Äh. Ich muss mal gucken. Ich muss mal kacken, habe ich gerade gesagt. Ich muss mal gucken, was ich gerade, ähm, was ich da nehme von den ganzen Spielen, die ich da habe. Ich hätte mal, warte. Ja, ich kann, oder doch, ich habe so Thrawn, Gefährliche Schatten, Shadow Lake, ähm, und Strange Cases und Haunted Legends. Ähm, muss ich einfach mal gucken, welches ich von denen nehme. Aber wir reden einfach mal jetzt nochmal über dieses Spiel. Es hat mir ziemlich gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem neuen Let's Play. Bis dann. Ciao.